Hallo Ottakring, Servus Herr Nahls, guten Tag Wehring und Grüß Gott Döbling. Mein Name ist Stefan Drittner. Ich habe mich immer schon für Politik interessiert, bis dann während meines Studiums der Wunsch stark wurde, selber einen Beitrag zu leisten und aktiv etwas zu tun. In den vergangenen Jahren habe ich mich als Obmann der ÖVP Ottakring in der Bezirkspolitik für die Menschen vor Ort engagiert. Jetzt habe ich von Sebastian Kurz die Chance bekommen, bei der Nationalratswahl am 15. Oktober in seinem Team zu kandidieren und zwar für unseren Wahlkreis. Unser Wahlkreis ist einzigartig, er reicht vom Gürtel bis zu den Weinbergen. Ich kenne seine schönen Seiten, aber auch die Probleme und Herausforderungen. Deshalb bringen mir eine vernünftige Verkehrspolitik, mehr Engagement für unseren Wirtschaftsstandort sowie die Sicherheit im öffentlichen Raum besonders am Herzen. Ich denke, bei dieser Wahl geht es um eine echte Richtungsentscheidung. Denn in den vergangenen Jahren ist die Politik sehr oft falsch abgebogen und hat die wirklichen Probleme und Herausforderungen vernachlässigt. Ich will, dass sich das ändert und ich möchte, dass wir uns endlich um die wichtigen Themen kümmern, etwa den Wirtschaftsstandort, die Sozialsysteme oder die Migration. Und ich möchte, dass Menschen wieder bessere Chancen haben, sich durch Arbeit selber etwas aufzubauen. Denn für Erfolg darf nicht entscheidend sein, woher jemand kommt, sondern wie fleißig jemand ist und was er oder sie leistet. Ich denke, die Politik muss endlich genau diese wichtigen Themen ansprechen, vernünftige Lösungen dafür finden und die dann konsequent umsetzen. Mit Sebastian Kurz sehe ich die Chance auf genau diesen neuen Weg und auf einen neuen, konstruktiven Stil. Denn Politik braucht diesen neuen Schwung und einen echten Aufbruch auch in unserem Wahlkreis. Deshalb kandidiere ich im Team von Sebastian Kurz. Helfen Sie mir, mit Ihrer Vorzugsstimme mehr politisches Gewicht auf die Waage zu bringen und unseren Wahlkreis künftig im Parlament stark zu vertreten. Mein Name ist Stefan Trittner und ich ersuche Sie am 15. Oktober um Ihre Vorzugsstimme.